Mach du mal mein Intro jetzt für den Uncut-Kanal und ich esse noch zwei Bisschen von meinem Rap. So, liebes YouTube-Zuschauer-Team, wir spielen hier die zweite Runde Uncut und ja, wir fangen jetzt an und der liebe Stylers frisst gerade sein Brot. Und es leckt. Es leckt. Wir haben wieder denselben Leck wie vorhin. Das ist wirklich wunderbar. So, was machen wir jetzt, Stylers? Alt-F4. Endlich, jetzt lautlos. Der Sonne ist weg. Ist das schön. Willst du wieder Intro sprechen? So, wir kommen hier bei der zweiten Runde der Uncut-Runde. Die zweite Runde vorhin wurde abgebrochen. Jetzt gehen wir in Ashika stattdessen rein in Solos. So, wir fangen jetzt an. 52 Leute alive. Rein geht's. Ich gucke im Flugzeug gerade dem Hasenskin zu. Wer ist das? Es leckt nicht. Knosti, es leckt nicht. Geil. Es leckt nicht. Ich fass es ja nicht. Ich kann es ja nicht glauben. Einer schreibt in den Chat, ich gebe Fußbilder for free. Auch nochmal Meinung Füße da an der Stelle, Moors? Kein Fan. Also, ich finde es nicht ekelhaft, aber... Ich finde es... Also, ich bin auch kein... Ich mich turnen Füße gar nicht an. Aber ich finde schon, es gibt hübsche und hässliche Füße. Ja, ja. Safe, safe, safe. Also, es kann ja erstmal ein schöner Anblick sein. Ja, ja, genau. Aber es ist nicht so, dass ich sage... Oh, mein Gott. Chief hat gerade wirklich... Ja, ja. Das war auch ein verdienter Hoden ins Gesicht. Weil er ist wirklich auf den Zug gerannt und komplett nur... Nur geboxt. Verdient. Verdient. So, wer ist hier noch alles drin? Ich habe ein Blut geholt. Summit ist hier auch drin. Rifle ist drin. Ich skippe jetzt hier immer so ein bisschen durch. Das ist so geil beim Zuschauen. Ich kann jetzt hier so die ganze Zeit einfach durchskippen. Ancat Raphael. CMG. Asiatische Schriftzeichen. 666 Nestle. Okay. Duwolf auch mit einem leicen Kill hier. Bonus. Aim Assist on. Zix. Oh, Lucifer mit einem Kracher. Wir sind vielleicht auch gleich bei Moors. Aber erstmal kurz hier ganz fett gucken. Oh. Oh. Macht er gut. Macht Lucifer gut, sage ich. Macht Lucifer gut. Nein, sein Clan-Tag. Lucy 4. 4. Oh, mein Gott. Lucy 4 oder Lucy 4? Okay, ist aber erstmal weggekommen. Toxin auch mit drin. Raupe. Crazy. Roberto El Choco. TTV-X-Urwerk. Ich dreh durch. TTV. Uncut Cayman. Mit einem niceen Kill. Nice. Uncut Fake. Stylus Luke. Der gegen eine See-Anemone geschwommen ist oder so. Okay. Schwimmt. Luski. Moors. Da ist MUAZ der echte. So. Drei Kills. 20 Kills oder Lacher. Chat, Streamsnipe gerne. Du bist muted by the way. Achso. Sorry. So, und direkt ohne Streamsnipe bitte. Das ist wirklich gar nicht nice. Wenn MUAZ Kill kriegt einen Sub. Ey, Alter. Alter. Hallo. Du kannst wie so Zombie-Modus jetzt so spielen. Immer nur irgendwelche Räume setzen und die Türen ab. Guck mal, einer landet schon auf mir jetzt irgendwo. Wir gucken mal eins weiter. Wer ist hier noch? Punisher COD in der Luft. Oh. Sorry, da wird dir nichts zu. Dann bitte ich Streams. Danke. Ich schau jetzt MUAZ zu. Ja, du bist ein Dürfer. Oh, da kommen die ersten Shots. Wahrscheinlich ein guter Gegner zu sein. Da werde ich jetzt am MUAZ-Stelle erst mal ein bisschen aufgeregt auch tatsächlich. Weil das könnte jetzt ein... Das könnte jetzt ganz schnell jetzt... Oh, ganz schnell könnte das schnitt gehen jetzt. Oh. Was? Und wurde gesniped. Schade. Sehr schade. Sehr schade. Hat jetzt aber auch noch einen Loadout. Könnte ja nochmal da landen. Ja. Macht er, macht er gut. Da ist jemand ganz schnell abgedreht. Kannst du mal auf, um mir zuzuschauen? Warum? Die gehen halt nicht auf mir landen. Gehen wir nur kurz sieben Sekunden. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Oh, 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 oh. Jetzt gucken wir wieder zu. Jetzt gucken wir wieder zu. Dicke Wasser. Nicht so. Der Junge. Wer war das? The Blue Wolf. Ah, Blue Wolf. Okay. Okay, okay, okay. Ich geh da nicht, man. Ciao, ciao. Wo ist dann halt jetzt bei den Doppelhäusern, by the way, chat? Nee, ist abgedreht wieder. Du kannst nicht die ganze Zuschauen, oder? Klar, natürlich. Ich kann, solange die zuschauen, wie ich will. Stehst du aktuell eigentlich negativ schon, ne? Äh, nee, 3, 3. 3, 3. Boah, das ist eine gute Einsatzkarte. Kurz Uhr, kurz Uhr. Wir müssen leise sein. Mo ist mit Schritte hören. Das hat sich gefühlt. Und dann, wenn du das mal konzentriertest. He, he. Aha, aha, okay. Oh ja. Oh, mit einem Kill an T-T-Würberg. Ah. T-T-Würberg. 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 Nächste Runde, bitte. Will ich keinen T-T-Wür sehen. T-T-Würberg. Blu-Würberg hat Sprint noch nicht gebeidelt. Er spielt heute mal ohne. Was ist dieses hier? Was ist dieses hier? Was ist viel zu ernst auch wieder? Viel zu ernst. Full Mute. Oh, Schnappschussgranate hat gehetet. Oh. Das ist over. Das ist over. Ah, das war ein Freekill. Das war ein Freekill. Ich finde, schöne Füße müssen schon sein bei einer Frau und gepflegt. Also, ist schon eine schöne Sache so auf jeden Fall, ja. Füße können auch, wie schon gesagt, unschön sein, finde ich. Füße können schon unschön sein. Oh, oh, ja. Jetzt geht hier Muras aber, jetzt geht Muras hier rein. Full Mute, Cheats angemacht und rein. Full Mute und Cheats angemacht. Oh, die Leiche ist so weggeflogen. Oh, der Mufa gut. Der gefällt mir. Wo es hier sehr arme reingeben. Oh, auch der Mufa sehr schön. Sehr schön. Aber was macht das gut? Aber gerne jetzt auch mal wieder Muras töten. Also, jetzt genügend Kills gemacht hier wieder. Reicht auch wieder mit Muras. Oh, oh, oh. Ach, Mann. Muras hat mich gekillt, leider. Muras ist hier auch wieder so am reincheaten, ne? Der schämt sich auch nicht. Merkt ihr das? Der schämt sich nicht. Merkt ihr das, wie der hier reincheatet und sich nicht schämt? Schon frech. Das Gast kommt näher. Schon sehr frech. Hier ist doch gar niemand mehr, oder? Ich höre seit einer Minute keine Saps mehr. Die Toxin, der Wager-Pros in der Lobby. Alle können gleich lieben. Ich sage, Muras töte Toxin. Bin aufgeklatscht. Stronger. Wurfmesser. Ist das frech. Ist das frech, was der Mann hier macht. Ist das frech, was der Mann hier macht. Zehn Kills. 33 live. Das kann halt wirklich eine 30 sein, ne? Hast du mal gecheatet? Nein. Noch nie. Außer in GTA. In GTA mit Herz. Rauf, runter. R1, R2. Kreis. X hoch, runter. Flugzeug. Ne, keine Ahnung. Aber random irgendwas gesagt. Ist das frech, was Muras hier macht? Ne, wir gucken Muras nicht mehr zu. Ich sage es jetzt, wir gucken Muras nicht mehr zu. So. Dinkelsteinchen. Ja. Also Dinkelsteinchen, das bringt auch wieder gar nichts hier. Mit Dinkel bei der Anker drunter. Mitmachen. Zwei Kills. Das ist halt wirklich Dinkel. Das ist wirklich Dinkel. Das ist Dinkel. Wa? Goku? Warst du das hier gerade? Schau du. Bist du gestorben? Als du zu viele Kills gemacht hast, bin ich weggegangen von dir. War, wieso? Ja, jetzt haben wir den Muras tot nicht mitbekommen. Egal, dann gehen wir wieder auf den Muras rauf. Ich habe damals immer die GTA Cheats. Also, ja, offiziell heißen ja jetzt Cheats oder so, aber sind ja nicht zu vergleichen mit einem Warzone Cheat oder so. Wo man sich halt diese Sachen da spawnen lassen konnte. Habe ich immer auch Spieletipps angeschaut. Und vor allem, also das ist Kindheit gewesen, sich so Zettel zu schreiben. Mit den Kombinationen, die du drücken musstest. In der Beschreibung halt dazu noch, ne? Und diese Zettel dann in die Hülle vom Spiel rein zu machen. Schaust du mir zu? Das ist so geil. Äh, nee. Okay, gut. Also werde ich jetzt nicht gestreamsnat. Nee, nee. Okay. Alle zum Muras. Rauf auf ihn. Tötet ihn. Fündet ihn. Ja, ist auch nichts. Im Private Match sind Anna Robbins. Das gab mehr für dir. Schade. Ich habe gerade so geknallt, ne? Echt? Von wem? Sag ich nicht. Okay. Okay. Oh. Schief wurde weggeschossen. Der Do. Das Sniper. Rifle auch Schwimmkurs am machen. Raphael am Klettern. Den Kill kümmern uns an. Ja, schmeckt natürlich. Blue Wolf mit der Sniper. Headshot. Ja. Schmeckt auch. Orion Intervention sieht geil aus. Oh, ein schöner nächster Sniper. Und? Geht der den auch noch? Geht der den auch noch? Ah, der wird geklaut. Der wird geklaut. Der ist aber links. Der ist links. Der ist links. Ah. Und wird rausgetradet. Das war... Oh, Toxin kommt hier jetzt auch mit dazu. noch. Zu diesem Gunfight. Müssen hier alle moveen. Gerade goldene Gasmaske. Tork sind. Kann hier gleich in den Rücken schießen. Oh. Da kommt... Oh. Die Gasmaske. Oh, ist das scheiße. Aber er kann safe machen. Er kann safe machen. Er kommt aber nicht weg. Kommt nicht weg. Schade, dass man den Killfeed beim Zuschauen nicht sieht. Und wieder bei Moors rein. Keine Plates. Ah, okay. Konterdrohne ist von Moors. Genau dort, wo die Konterdrohne ist, ist Moors Chat. Kleine Info am Rande. Äh, ja. Und Drohne hat der auch. Man kann ja nicht so lucky sein. Man kann ja nicht so lucky sein. Rispone ist deaktiviert. Gerne mal Moors jetzt den Rücken schießen. Oh, 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 oh. Ah. Kriegt den Freakill hier. Komische Tarnung auf der ISO. Einfach so grün wie... Wie diese Abdeckung von den... Von den Zäunen da. Einfach eins zu eins gleiche Farbe. Hä, hallo? Wusste nicht Chameleon? Wir machen nochmal Solo-Aschika, ja. Oha, den Spot kenne ich gar nicht. Gott, der ist ganz oben drauf, der Gegner, oder? Ja. Ich bin gestorben. Ich habe keine Muni hatte in der Waffe. Unlucky Roam. Ich habe so dumm... So dumm gestorben. So Unlucky. Schade. Wem schaust du zu? Äh, Julik. Ich schaue Blue Wolf zu. Hat auch eigentlich ganz gute Pose. Ich muss aber gleich Moven. Wie viele Leute sind noch alive? Sieben. Na, Julik sehe ich auch gerade. Uncut Loki hat gerade Hitmarker mit Cluster-Mine, glaube ich, gemacht. Das ist so cool. Beim Zuschauen kann ich auch schneller hin- und her-switchen. Boah, dieser Julik ist übel gut. Ja, ja. Der hat auch den Kaka gerade verteilt. Oh, Toxin! Oh mein Gott, was hat Toxin mit ihm gemacht? War das Blue Wolf? Nein, was hat Toxin da gerade gemacht? Chris, hast du mir zugeschaut? Wann? Kommt her, das ist... Ha, lecker. Ja, ich weiß nicht. Was ist... Sag doch wenigstens aus dem Zuschauen, damit ich weiß, wie ich spielen soll. Also nächstes Mal, äh, die Waffen nachladen zum Kill-Waffen, wäre ne Idee. Nein. Ich denke... Digga, was ist das jetzt einfach ausgabe wie, äh, Wallhack? Wegen der Markierung von Toxin. Da war doch sowieso, wie so ein Objektmarkierung so drumrum. Kennst du Mua's Free Life nicht? Gott sei Dank nicht. Hä? Was passiert jetzt? Gott sei Dank nicht? Gott sei Dank nicht. Auf wenigste Geburtstag haben wir ihn umgemacht? Doppelt gelogen einfach. Also, das war ein bisschen zu confident von Julik, dass man mit der Waffe... Hat Toxin ihn gerade geholt? Ach, ist wieder vorbei! Es ist wieder vorbei, Digga. Und es wird nicht richtig angezeigt. Toxin hat 20 Kills gemacht, by the way. 2 G's. Toxin hat 20 Bombs gemacht und win. GGs. Digga, was hast du mit dem einen da angestellt vorhin? Da hab ich es so genommen. Du hast Blue Wolf geholt, ne? Digga. 1 HP war Toxin und er hat ihnen noch so die Ankls gebrakt. Er hackt. Er hackt. Er hackt. GGs. Starke Runde. GG. GG. Es haben einfach 6 Leute zugeschaut. Guck mal da ganz oben. Nice. Ja, GG's. War doch eine coole Runde eigentlich. Nächste Runde schauen wir wieder Moors zu und gerne auch wieder Stream snipen. Das ist halt wieder mal unkorrekt. Sag mal ganz kurz in Froschstimme, neue Runde, neues Glück. Neue Runde, neues Glück. Du kannst es ja gar nicht. Ich muss irgendwie gerade wie ein... Opfer angehört. Ja, wie Stylers halt. Wie Moors. Ich wollte den genau gleichen Job machen, du Penner. So Freunde, neue Runde, neue Runde, neues Glück. Hoffentlich werde ich diesmal nicht so viel gestreamslipped. Ich weiß, Stylers, ich schippe den Neustreißen zu, du. Sehr froh, dass ich nicht mitspielen kann. So, wer ist hier alles drin? Yannick. Komm, wir gucken Yannick zu. Wir gucken Yannick zu. What is Yannick doing? Fake schreibt schon wieder in den Engeln. Chats, Stylers, ich liebe dich. Jede Runde. Aber den Effort muss man auch bedanken. Ja, ja, safe. Das ist einfach die Mr. Bean-Stimme. Stimmt. Oh, Mr. Bean war so geil. Von Mr. Bean gibt es gar nichts mehr Neues, oder? Also da kommt seit Jahren nichts mehr Neues raus. Sowohl... Hat er damals einen Film gemacht. Stimmt, nur einen Film. Aber ich meine aus... In der neuen Zeit. Oder so. Was? Keine Ahnung, woraus ich rede. Er hat in den letzten 7, 8 Jahren. Da ist ja dieser eine Agenten-Film rausgekommen. Aber ich meine, so Comedy-mäßig hat er ja nur irgendwie Mr. Bean gemacht. Okay. Danke für das Gespräch dann. Es war nicht meine Schuld, was das Gespräch so scheiße war. Das hängt sicher mir. War deine Schuld. Ja, äh, Mr. Bean hat vor 7, 8 Jahren diesen Agenten-Film rausgebracht. Aber ansonsten nur Mr. Bean. Äh, Q-Talks sind hackt. Q-Talks sind geistganger. Er war entschieden, ja. Das ist der mit der 20-Bomb letzte Runde. Hm. Wenn ich mal ein bisschen länger zugucken jetzt. Wo ist er? Oh, der Doh wurde gerade neu. Ich muss zuschauen, obwohl ich nicht mal auf Zuschauer-Modus gegangen bin. Ducky, skill-based matchmaking. Das war aber unberrekt. Vielleicht zu viele Leute. Das kann sein. Vielleicht sind wir zu viele Leute in der Lobby gewesen. Das ist Muras, by the way. Muras wird gerade gejagt. Oh, Muras ist tot. Oh, Muras ist tot. Oh, Muras ist tot. Ach, du Scheiße, ist Muras tot. Oh, mein Gott, ist Muras tot. Crazy. Hä, ich kann nur vier Leuten zuschauen oder so. Hey, Alter. Jagen, husten. Hä, wieso kann ich denn jetzt nicht weiterdrücken? Luke, Fake, Yannick, Blue Wolf, Muras, Bang Bang. Warte mal, Bang Bang. Bang Bang hat gleich einen Anfall. Bang Bang sieht was. Oh, Bang Bang hat sehr beschissenes Timing kassiert. Ach, du Scheiße. Ja, scheiß drauf. Gucken wir nicht zu. Das ist der, der gerade gefinisht wurde. Und wir sind wieder bei Muras. Wir sind wieder bei Bang Bang. Snipes. Snipes macht gerade diese Drohne an. Flavorina. Raphael. Verfahren Axt. Noah. Noah tot. Noah tot. Noah tot. Noah. Was machst du denn? Bist du cringe? Anker Manfred. Julia auch drin. Ach, und ich bin wieder bei Moore. Es ist halt mittendrin. Immer wenn jemand stirbt, den du gerade zuschaust, dann fange ich wieder bei dir an. Ey. So eine Scheiße, Digga. Wer ist denn hier noch drin? Grey Wolf, Knosti, Steinchen, Pancha, Felix, Ray, Filthy, Squeezy, Slice. Kartoffelsalat. Kartoffelsalat. Mike. Mimo. Ja, Jan Rex habe ich gerade auch gesehen. Kong Ben. Nein, 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 nein. Es gibt einen Corona Mortis. Was auch immer das ist. Geist. Weiter. Roberto. Roberto. Game over. Digga, warum sind denn so viele im Wasser? Digga, jeder will gewinnen. Digga, es sind so viele in dieser Lobby drin, ne? Oder du verarschst mich gerade und schaust dich. Toxin. Da, Toxin. Ne, ne, ich bin zwar Toxin. Toxin, der hat erst zwei Kills. So wird das auch nichts wieder 20. Wie viel hat der? Zwei. Zwei? Das ist ja wirklich peinlich. Das ist ja wirklich peinlich. Es ist da links. Was sehe ich hier? Toxin links. Augen auf. Oh. 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 So weinen. Wenn ich schon zuschauen muss, dann fange ich am besten ein Gespräch an. Wie geht es den Leuten? Ich schreibe es in den Chat. Ach, Mendo. Timing. Ruhe auf den billigen Plätzen. Ich habe keinen Drop bekommen. Es laggt wieder. Chris. Diese Lags von Ding. Was? Nein, oder? Doch. Nein. Doch, diese Lags von vorhin. Oh mein Gott, nein. Siehst du es gerade? Ich sehe es bei Toxin, ja. Ach, du ahnst es nicht. Ach, Digga. Bitte. Luzer hat auch schon losgelassen. Er liegt mit Fäusten auf dem Boden. Nein. Digga, er hat Call of Duty League Armband. Wie cool. Das ist ja geil. Das ist ja noch schlimmer. Ne, ne. Das ist safe nicht noch schlimmer. Oh, safe nicht schlimmer. Das ist weniger schlimmer auf jeden Fall. Viel mehr FPS auch. Es sieht nur so aus, wenn er der Server lenkt. Nicht, als hätte man ein Bild pro Sekunde. Äh, bei J-Foot geht ganz normal. Oh mein Gott, wie unfair. Er kann ganz normal spielen. J-Foot, wenn du uns hörst. Ja, Kills. Sie können alle nicht zurückschießen jetzt. Hol dir deinen Kill-Rekord. Er kann ganz normal spielen. Das ist echt nur, weil ich ein Gespräch anfangen wollte. Ach, Mann. Ne, geile Server da auch. Ach, einfach. Ach. Oh, Digga, J-Foot. So geil. Er kann jetzt so durch die Lobby laufen und alle töten. Ich weiß gar nicht, ob er das überhaupt weiß. Also, du siehst ihm normal zu? Also, er kann gerade normal gehen? Ja, komplett. Alles ganz normal. Okay, warte, dass wir ihn sehen. Ganz normal alles. Boah. Digga, für ihn ist gerade Himmel. Nur Blackcell-User haben gerade normale Server, ja. Ich wünsche, ich wäre das, Mann. Ich bin so neidisch. Digga. Du willst immer nur gegen Nub spielen oder Kills geschenkt bekommen. Irgendwas, ja, ja. Digga, er kann so durchlaufen jetzt. Er kann einfach alle einfach töten. Ne, bleib drin. Das geht gleich weg, glaube ich. Nein, ich habe ausgemacht. Schade. Digga. Er kann so geile Kills jetzt machen. Oh, der Push kann gar nichts. Die können nichts gegen ihn machen. Die können nichts gegen ihn machen. Was passiert hier? Digga, er macht eine 20-Bomb. Er muss? Oh, wie geil. Doch, doch, safe. Digga, das ist so ein Traum, ne? Digga, wie geil. Woin Krim. Digga, er kann so durchlaufen. Er könnte es aber auch ein bisschen besser spielen, muss ich sagen. Ja, ja. Also hätte ich diese, ich würde eine 80er-Bomb machen. Ja, okay. Er spielt zu slow, weißt du? Ja. Oh, ich guck mal ganz kurz jemanden an dazu. Game over hier. Alter. Ach, du Scheiße. Da geht gar nichts. Da geht gar nichts. Und Sheffield ganz ungeil. Nächster Kill. Sheffield, das muss eine 30 werden jetzt. Das muss eine 30 werden. Boah, so geil. Der Feint hat sein Netzwerk wieder gesichert. Es ist vorbei. Das ist so zum Wut. Er schießt gerade einfach Wut raus. Andere gehen so an so einen Boxsack. Und prügeln da Wut raus. Er prügelt die Wut. Hast du den Aamer rausgehauen? Ja, ja. Und er prügelt gerade, er prügelt gerade, äh, hier in der Runde die Leute weg. Da links steht einer. Links! Links! Oh, Mann, ey. Dafür müsste er aber auch Waffen nachladen, um einen 80er zu machen. Das ist ein guter Port von Razer hier im Chat. Und worse. Was? Für 80 Kills muss man dann aber auch Waffen nachladen. Oh, Mann. Der hat echt gutes Aim. Er hat wirklich gutes Aim. Er hat wirklich gutes Aim. Ich gehe mir mein zweites Nutella-Brot machen. Mach das. 14 Kills. Er ist gerade wirklich im Himmel. Er ist gerade wirklich im Himmel. Er ist wirklich gutes Aim, oder? Ich sage, Chefo cheatet. Ich sage, er cheatet. Oh Gott. Ist das scheiße. Ist das scheiße. Ist das scheiße für alle hier drin. Er kann einfach durchrennen. Und alle in der Luft. Alle wollen nicht landen. Alle hoffen, dass es irgendwie gleich besser wird, oder so. Alle hoffen, dass es gleich besser wird. Oh. Oh, der ist tot! Ich glaube, da konnte jemand auch noch normal aimen, oder? Was passiert da bei Fake? Der kann auf jeden Fall nicht normal aimen. Young Husten auch Katastrophe. Schief auch. Okay, wir müssen in die andere Richtung gehen. Oh, der hat alles getroffen, auch der Gegner. Also, der muss ja auch normal spielen können. Ja, Verfahren Axt, genau gleich. Bei ihm auch. Zwei Leute, die normal spielen können. Was bei Hancock? Ne, Hancock lag. Steinchen, giga lag. Kartoffelsalat, lag. Mike, lag, glaube ich. Memo, auch kein lag, oder? Es können ein paar Leute. Ein paar Leute können normal spielen. Raupe. Aber wo ist unser Mann? Da ist Chill Food. Chill Food. Hat er seine 20 schon? Ne, 18? Der hat eine ISO, glaube ich, deswegen. Meinst du? Und 20 Kills. Chill Food. Ich hoffe, ich spreche es so aus. C, E, F, U, T. Chill Food. Weiß nicht. Ich glaube schon. Chill Food. Vielleicht auch See Food. Sound? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er kann so durchlaufen. Er könnte sogar... Ah, ne, er müsste fast alle Gegner töten für die 30. Ne, ne, ne. Loslassen. Loslassen. Ich kann mir vorstellen, dass er die 30 macht, ne? Nein, nein, kann er nicht. Er will es zu neun von... Äh, acht von neun Leuten töten. Aber... Es sind zwei andere noch. Es sind noch zwei andere, die, äh, normal spielen können. Ach so. Ja. Und die werden nicht sein. Ja. Er ist auch nicht in einer guten Pose da. Oh, wei. Kann eigentlich easy wegkommen. Digga, oh mein Gott. Da könnte man so ne Verschwörungstheorie draus bauen. Diese ganzen, äh, Weltrekord Gameplays. Das sind alles mit... Von Leuten erspielt, die... Die das gemacht haben, dass die Gegner alle so sind. Also, dass bei denen alles so laggt. Oh mein Gott. Aber wie willst du das denn machen? Also, dass das... Keine Ahnung. Also, das ist ja jetzt hier ein Bug. Genau. Aber wer weiß. Vielleicht gibt's ja so Programme. Oder... Ich mein ja. Das ist ja das, was safe Leute denken. Weißt du? Wenn sie dann sowas sehen. Also, es gibt safe den ein oder anderen, der dieses Videos hier gerade sieht und denkt sich dann so, aha, jetzt weiß ich auch, wie ein Büffel 40, 50 Kills macht. Ja, ja, verstehe. Also, safe wird's ja den ein oder anderen geben. Also, wenn... Wenn sogar richtig viele Leute denken, wir haben aufgehört, Warzone 2 gerade zu feiern zu Season 3, weil das Kronos-Ding jetzt erkannt wird. Und nicht, weil gerade XC Fine und sowas da draußen war. Oder dass Season 3 einfach ne Enttäuschung war. Dann wird's auch Leute geben, die dann das denken. Guck mal, Schiff und Spiels nicht schlecht. Also, ich hätte ja nicht gedacht, dass das so gut ist. 24 Kills, ja. 25 Kills win, würde ich schon sehen jetzt. Ja. Hat schon ein gutes Aim, ja, safe. Movement könnte besser sein, ein bisschen, aber... Ja, ja, ja. Also, Aim ist wirklich... Aim ist wirklich... Ja. Also, er hat einmal vorhin aus der Luft komplett krank rausgelassen. Guck mal, ganz kurz. Deine Mini-Map bugt auch, ne? Du hast erstmal diese eine Flugzone... Stimmt, ja, die Flugzone ist da die ganze Zeit noch, ja, ja. Und, aber auch, es gibt keinen direkten Strich von der alten zur nächsten Zone. Da ist ja eigentlich immer ein Strich dabei. Ne, nur wenn du Out of Zone bist. Nein, 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 nein. Die eine Zone, bevor sie gerade geschlossen hat, hätte ein Strich sein müssen und der war nicht da. Okay. Ach, es war wieder 1 gegen 1. Er ist eh bugged gewesen mit den Ding-Zahlen. Auch hier verdammt den Wingo mit 25 Kills. Der einfachste Win seines Lebens. GG's. GG's. Call of Duty 2.0. Mehr Innovationen, mehr Probleme, mehr Bugs und vor allem mehr Ignoranz für die Kommunikation. Mehr von allem, wow. Sehr true. Irgendwo true. Aber GG's. Sehr viel Spaß macht. War eine sehr geile Runde. Ja. Ich hab's auch sehr gejoilt. Sehr gejoilt da. Sehr gejoilt da noch. Sehr gejoilt hab ich's. Einfach besser, ja. Einfach besser. Hu, hu, hu.